Gesalzene Karamellcreme von Rewe Feine Welt, letztlich mit nur 2% und ansonsten Zucker und Palmfett. Ob das gut ist, das schauen wir uns zusammen an. Rewe Feine Welt, ich sag euch die Pistaziencreme davon. Der geilste Shit überhaupt, jetzt hier neu, Dankeschön an Helga. Rewe Feine Welt Salted Karamell, Aufstrich. Die haben ziemlich gute Sachen, auch Spekulatius, die Kokoscreme ist auch gut davon. Und wie gesagt, Pistazie war absolut episch. Die Sorte hier kenne ich jetzt noch nicht und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie schmeckt. Gucken wir mal zusammen drauf. Die Zutaten, die haben wir hier. Wir haben als erste Zutat Zucker, pflanzliche Öle, Raps und Palmfett. Gut, das ist bei solchen Aufstrichen immer drin, von daher, oder so gut wie immer, selbst bei Nutella. Aber ich finde, sie hätten auch so ein bisschen mehr so was wie Vollmilchpulver reinmachen können. Und vielleicht so ein bisschen wie so eine Art Sahne-Geschmack vielleicht machen können. Ich bin auch kein Lebensmittelentwickler, aber Magermilchpulver ist halt so etwas, um so ein bisschen Milchgeschmack vielleicht reinzubringen. Wobei das halt marginal ist. Wahrscheinlich steht es nur drauf, damit man es draufschreiben kann. Wir haben nämlich nur 2% Karamellzuckerpulver. Also richtiges Karamell ist nur 2% und dann kommt erst das Magermilchpulver. Meersalz ist 0,5%, was ich persönlich auch nicht sehr viel finde, wenn man überlegt, man möchte etwas mit Sorted Karamell verkaufen. Von daher würde ich pauschal sagen, Zutaten, naja, kommt aus Spanien. Und deswegen hat man hauptsächlich eine Zucker- und Fettcreme, wo ein bisschen Karamell drin ist und ansonsten Aroma. Denn die 2% Karamell werden mit Sicherheit keinen guten Karamellgeschmack erzeugen. Holt euch die Bournemouth Karamellcreme. Das hier natürlich eher so eine Fettcreme. Das klingt jetzt negativ, aber es ist eben etwas anderes als so ein richtiges Karamell, wie bei Bournemouth, sondern halt wirklich eine Fettcreme. So sieht sie aus. Und wir gucken uns mal die Konsistenz an. Ja, die ist wirklich eher so ein bisschen weicher auch. Geruch, ja, riecht karamellig. Also Geruch sagt mir wirklich zu. Der gefällt mir. Man riecht, dass es ein bisschen künstlich ist, aber auch nicht zu künstlich. Es gefällt mir. Die Farbe ist soweit auch okay. Haben sie jetzt scheinbar auch nicht angefärbt, sondern nur mit diesem Karamellzuckerpulver, was vermutlich eine sehr intensive Farbe hat. Das wird das Ganze hier so ein bisschen färben. Wohlgemerkt, dieses Karamellzuckerpulver, was mit 2% drin ist, besteht aus Karamellzuckersirup und Maltodextrin. Also es ist noch nicht mal ein reiner Karamellzuckerpulver. Also wirklich so richtiger Karamell ist hier unter 2% drin. Es ist wirklich nicht so fein. Ist aber lecker. Schmeckt mir sehr gut. Sehr süß, Karamellgeschmack eher dezent. Der Salzgehalt, es schmeckt tatsächlich salziger als diese 0,51%, die hier auch bei den Nährwerten dabei sind, vermuten lassen würde. 59 Gramm Zucker, 37 Gramm Fett, noch die anderen Infos. Aber es schmeckt ganz gut. Hat wirklich einen schönen, cremigen Geschmack. Ich werde es nochmal mit der Rückseite hier. Ja, ist lecker. Karamell ist gut. Deswegen, man kann immer diskutieren, oder ich sag mal so, wenn man so ein Produkt kauft, dann will man wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie aus den hochwertigsten Ölen gemacht ist und und und. Es soll eine Creme sein, die lecker ist. Ich finde, das ist gelungen. Man muss aber halt auch trotzdem immer ein bisschen hingehen, wenn ihr uns eine Karamellcreme verkaufen wollt, dann macht doch bitte ein bisschen mehr richtiges Karamell rein. Weil das ist so etwas, was halt nicht geht, wenn der eigentliche Geschmack nur mit Aromen erzeugt wird. Das ist hier zu einem großen Teil so, denn diese unter 2% Karamell werden mit Sicherheit nicht diesen Karamellgeschmack erzeugt haben. Aber Cremigkeit ist gut und Geschmack insgesamt letztlich auch ganz gut. Und andererseits muss man vielleicht sagen, wenn man für so ein Glas 2 Euro bezahlt, darf man, Fragezeichen, vielleicht auch nicht erwarten, dass es, wer weiß, wie hochwertig ist. Wie seht ihr das? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen.